In der heutigen Minecraft-Challenge bin ich eine Endermite. Ich bin winzig klein, habe nur vier Herzen und Endermen wollen mich unbedingt töten. Kann ich es schaffen, so Minecraft durchzuspielen und den Enderdrachen zu besiegen? Sollte dir das Video gefallen, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und unterstütze mich gerne mit einem Like und einem Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß in einer sehr schwierigen Challenge. Los geht's und das Erste, was mir gerade auffällt, ist, dass wir wirklich verdammt klein sind. Oh mein Gott, wir sind einfach eine Endermite. In First Person ist das relativ unangenehm aktuell noch. Ich weiß nicht, ob ich mich noch daran gewöhne oder ob wir vielleicht eher so heute meistens spielen. Aber was wir machen können, um zum Beispiel von diesem Baum runterzukommen, ist unsere Fähigkeit benutzen. Wir können uns nämlich random ein bisschen teleportieren, um noch höher auf den Baum zu landen. Ich will aber eigentlich runter. Ja, so, jetzt sind wir unten. Wunderbar und jetzt hole ich mir erstmal ein bisschen Holz und wir kümmern uns um die Grundtools. Und dann schauen wir mal, was wir so finden können. Wir müssen auf jeden Fall mega aufpassen wegen Endermen, weil die hassen mich halt einfach ohne Grund. Aber erstmal jetzt auf Stein gehen und dann sehen wir mal, wie das läuft. Und jetzt müssen wir uns mal eine Übersicht verschaffen, was gar nicht mal so leicht ist als Endermite, weil wir halt wirklich so klein sind. Geht's denn hier irgendwo mal raus aus dem Wald? Hier haben wir auf jeden Fall Wasser, da können wir mal schauen. Und ganz da hinten sieht's nach einer Plains-Gegend aus. Das find ich relativ cool. Da würd ich eigentlich mal rüberschauen. Ich mach mir direkt einfach mal ein Boot, das schadet ja nicht. Und dann fahren wir direkt mal hier rüber, beziehungsweise wir sitzen unter dem Boot und ertrinken dabei sogar. Also eine Endermite kann nicht so gut Boot fahren, weil sie dabei halt ertrinkt. Das ist natürlich relativ unpragend. Da ist ein Dorf, warte mal, da ist direkt ein Dorf. Mega gut. Oh, und ich ertrinke. Aussteigen. Oh mein Gott, ich hab überhaupt nicht drauf geachtet. Dass ich beim Boot fahren aufpassen muss, dass ich nicht ertrinke, hab ich irgendwie noch nicht so ganz in meinem Kopf verankert bis jetzt. Aber Dorf ist natürlich mega praktisch. Da können wir uns direkt mal Essen holen. Hier sind auch ordentlich Weizenblöcke direkt. Sehr, sehr gut. Ich mach mir ne Hacke. Und da geht's rauf auf die Weizen. Dann haben wir viel mehr als genug Brote. Und dann haben wir uns schon mal gut mit Essen versorgt. Als nächstes kommt der Eisengolem dran. Perfekt. Direkt mal vier Eisen. Damit könnten wir uns einen Eimer und ein Schild oder ein Feuerzeug machen. Und vielleicht traden wir hier nachher auf Enderperren. Ich weiß noch nicht, ob ich heute auf Enderman gehen will. Die nämlich alle schon von Weitem mich angreifen. Ist das gar nicht mal so entspannt mit vier Herzen. Wir schauen uns jetzt hier in den Plains erstmal um, ob wir einen Lavasee finden. Oh, da hinten ist ein Ruin Portal. Okay, dann nehmen wir das Ruin Portal mit. Vielleicht haben wir da ja auch genug Lava für ein Portal dabei. Und das sieht gut aus. Hier ist richtig viel Lava. Nice. Hier können wir auf jeden Fall in den Nether. In der Kiste haben wir Eisen richtig viel. Sehr, sehr cool. Und Feuersteine. Dann brauch ich keinen mehr. Und Feuerkugeln. Noch besser. Dann brauch ich gar kein Feuerzeug eigentlich. Und eine Hose mit Fluch der Bindung. Das ist natürlich nicht unbedingt praktisch. Ist an sich auch nicht verkehrt, damit mich halt die Piglets nicht angreifen. Aber ob ich die ja nie wieder ausziehen will, weiß ich nicht. Würde das Portal mal eher nicht vervollständigen, sondern eher hier ein neues gießen. Aber erstmal brauchen wir den Eimer. Und erstmal auch Wasser. Und dann mach ich mir direkt noch eine Eisenspitzhacke. Dann können wir nämlich gleich auch den Goldblock mitholen. Und ich kann das Portal direkt hier mit dem Goldblock auch gießen. Ich hab ihn bekommen. Dann brauch ich mal kurz ein paar Blöcke, die vielleicht nicht unbedingt direkt abbrennen. Und wir gießen mal hier ein Portal hin. Ich baue mich einfach hoch, um den Rahmen zu bauen. Dann steht das Portal perfekt. Und weil wir nur vier Herzen haben, würde ich mich halt doch ungerne auf eine Goldhose auf Ewigkeit festlegen. Deswegen werfe ich die jetzt einfach weg. Und wir machen uns entspannte Goldschuhe. Perfekt. Dann noch ein Schild hinterher. Portal anzünden. Und dann gehen wir rein in den Nether. Bitte kein Warp Forest. Ja, ein Soul Sand Valley ist okay zumindest. Und hier ist direkt ein Gas. Aber der sollte mir nichts tun, oder? Ich glaube, Mobs sind erst böse, wenn ich in der Nähe einen Mob angreife. Und wenn sie halt keine Enderman sind. Und ich merke aber gerade auch, weil man in Soul Sand so ein bisschen einsinkt, sehe ich hier einfach nichts mehr, wenn ich hier rumlaufe. Egal in welcher Ansicht. Nur wenn ich springe, kann ich was sehen. Das ist relativ unpraktisch. Aber ich will sowieso raus aus dem Biom eigentlich. Ich finde es aber so komisch, gerade so ganz entspannt hier rumzulaufen, während hier so ein Gast über mir fliegt und da hinten zwei Skelette laufen. Ist mir einfach egal heute. Wir laufen mal in Richtung Westen und schauen, dass wir hier rauskommen. Ich fürchte, wir müssen hier mal ein Stück weit durch die Wand. Und da ist eine Festung. Oh mein Gott, direkt hinter der Wand eine Festung. Das ist sehr gut. Und immer noch keinen Warp Forest, weil ich habe Angst vor Enderman. Der da hinten ist direkt aggressiv. Von so weit weg. Ich glaube, bei so einem weiten Lavasee kann er sich aber nicht drüber teleportieren. Okay, er hat es versucht. Er brennt. Problem ist nur, ich will halt jetzt in die Festung. Und wenn sich da jetzt ein Enderman zu mir in die Festung teleportiert, ist relativ doof. Komm, stirb. Lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Ich würde dir was tun, wenn ich könnte, aber du bist zu weit weg. Das kann echt ein bisschen nervig werden. Ich bleibe mal hier so ein bisschen bei der Wand. Die gibt mir wegen meiner Höhe wenigstens ein bisschen Schutz noch. Aber hier kommen wir auch gut zur Festung. Also ich kann hier komplett durch die Wand gehen eigentlich. Und ich glaube, ein Warp Forest wäre heute wirklich gar nicht mal so gut. Ich glaube, ich suche nicht mal einen. Ich würde eher mit Picklins oder Villager trainen. Wahrscheinlich eher Villager. Bei Picklins ja nicht mehr so gut Ender-Pairn-Train wie früher. Oh, hier ist die Festung. Dann gehen wir rein da. Hallo Festung und hallo Witherskelet. Du solltest mir jetzt auch nichts tun, soweit ich weiß. Ja. Sieht gut aus. Bis ich die erste Place schlage, bin ich eigentlich voll entspannt unterwegs. Ich habe genug Nachteile, aber ich habe auch Vorteile. Hier ist die erste Place. Soll ich einfach drauf gehen? Ich gehe einfach drauf. Und die erste Place-Root bekommen wir nicht. Ob das Witherskelet mich jetzt angreift? Ja, jetzt greift es mich an. Hier ist ein Spawner. Okay. Vielleicht sollten wir da direkt drauf gehen. Vielleicht hätte ich nicht die Place schlagen sollen, sondern erstmal in Ruhe den Spawner vorbauen. Aber jetzt habe ich die Place schon geschlagen. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt aggressiv sind alle. Ich probiere es nochmal aus. Ich sollte halt bestenfalls nie anfangen zu brennen heute, weil ich halt nur vier Herzen habe. Er mag mich wieder. Okay. Ich glaube, ich kann jetzt ganz entspannt vorbauen gehen. Hallo. Wir sind Freunde, bis ich euch alle gleich töten werde. Erstmal schön hier abbauen und dann fangen wir gleich erst in Ruhe an. Perfekt. Soll ich jetzt einfach mal drauf schlagen und gucken, was passiert? Ob das wirklich schlau ist, weiß ich jetzt auch nicht ganz. Ich glaube, ich baue mal hier zu. Hier baue ich auch noch zu. Und dann fangen wir mal mit der Place an. Und da haben wir die erste Place. Oh, die mögen mich wieder, oder? Ja, kommt rein. Und dann töte ich euch Stück für Stück. Hier sind überall Wither Skelett auf einmal. Und ich habe einen Wither Skelett Kopf bekommen. Oh mein Gott, wie lucky war das denn? Ich brauche gar keinen. Den ziehe ich an. Dann verbrauche ich auch keinen Platz in meinem Inventar. Hier ist ein Skelett. Weg mit dir. Und das war dumm. Tod. Die sechste. Ich würde gerne acht holen heute, weil ich glaube, ich wirklich mit Villagern auf Enderpearen trade. Nicht gut. Ich brenne. Das wird knapp. Ich habe acht. Aber ich will überleben. Oh mein Gott. Halbes Herz. Das war es fast. Okay, wir haben die acht Place-Rots. Wir können raus. Ich weiß nur nicht mehr, wo wir in die Festung reingegangen sind. Hier ist eine Truhe mit Eisen. Nimm ich mir mit. Hier ist noch eine Truhe. Mit noch ein bisschen Eisen und ein bisschen Gold drin. Und noch Gold. Und noch ein bisschen Rüstung. Und ich würde aber sagen, wir gehen jetzt einfach mal so hier raus. Oh mein Gott, im Boot kriege ich sogar Schaden, wenn ich drin sitze. Oh, das ist ein Enderman. Erstmal einbauen. Oh mein Gott. Ich habe ihn doch gerade so gesehen. Der war direkt auf mich am Zulaufen. Komm schon, Enderperle. Ne, leider nicht. Einfach nur so mich in Lebensgefahr gebracht mal wieder nebenbei. Weil halt auch alle anderen Mobs gerade nicht böse auf mich sind. Es ist so seltsam, dass man so aufpassen muss trotzdem. Hier ist ein Pickel, in dem kann ich mal mein Gold wenigstens geben. Komm, gib mir Enderperlen. Oder Pfeile. Auch gut. Okay, keine Enderperlen und ein Feuerresidrang. Jetzt. Perfekt. Aber dafür 22 Pfeile. Nicht schlecht. Jetzt aber weiter zurück in Richtung Portal. Und hier. Da ist das Portal. Ja. Hier müsste es sein, wollte ich sagen. Nochmal ein bisschen Schaden kassieren. Und dann sind wir da. Und da geht es raus aus dem Nether für heute. Das ist sogar Tag. Sehr, sehr schön. Und ich sehe da hinten einen Lavasee. Da hätten wir vielleicht noch ein bisschen leichter ein Portal gießen können. Egal. Jetzt wird mal ein bisschen aussortiert. Und das Steinschwert von dem Wither Skelett können wir auch mal zusammenpacken. Wir haben 23 Pfeile. Das müsste ja eigentlich auch schon reichen. Den Bogen können wir uns ja gut im Stronghold machen. Allerdings muss ich ja eh noch Enderperlen traden. Also gehen wir eh noch auf Bogner. Und dann kann ich mir auch noch mehr Pfeile holen, theoretisch. Erstmal zurück zum Dorf. Dann machen wir uns direkt zwei Bogner-Tische. Und einen Braustand. Perfekt. Hier haben wir schon mal einen falschen Bogner. Und hier haben wir einen richtigen, den ich schon mal festtraden werde. Und dann sammeln wir jetzt erstmal schön Holz. Und dann geht es erstmal ordentlich auf Emeralds. Ich kann aber auch erstmal die Weizen, die ich habe, traden. Er will die haben. Gib mir dafür auch nochmal drei Emeralds. Und der Bauer hier, der soll mal lieber zum Braustand laufen. Danke dir. Dann haben wir direkt auch den Geistlichen am Start. Und jetzt sammeln wir erstmal richtig schön Holz und leveln die alle richtig gut hoch. Und er tradet bitte Enderperlen. Komm schon. Blaschen. Das heißt für mich leider, dass du nicht mehr benötigt wirst. Mach's gut, mein alter Freund. Ich war's nicht schuld. Er ist erstickt. Ich kann nichts dafür. Auch an dich, Eisengrohle. Ich war's nicht. Okay, dann fangen wir nochmal von vorne an. Es ist nichts passiert. Da kommt der Neue. Und wenn du nicht in eine Grube fallen und ersticken willst, dann solltest du jetzt lieber richtig gut mit mir traden. Oh, da hinten ist noch ein Dorf. Mit einer Kirche sogar. Okay, da hätte ich natürlich auch gut traden können. Habe ich leider nicht vorher gefunden. Jetzt musste ich nur gerade zum Wald laufen, weil ich das ganze Dorf abgeholzt habe. Deswegen habe ich das jetzt überhaupt gefunden. Und wir bekommen... Komm schon. Gib mir Enderperlen. Ergibt mir Enderperlen. Perfekt. Wir haben Enderperlen. Dann holen wir uns noch mehr Emeralds. Dann haben wir die 13 Enderperlen. Dann kann ich mir direkt noch einen Bogen holen. Und einfach noch ein paar Pfeile. Und sicherheitshalber einfach auch noch eine 14. Enderperle. Dann haben wir aber mehr als genug von allem, was wir brauchen. Ich mache mir 7 Enderaugen. Und wir schauen mal, in welche Richtung wir müssen. Da hinten geht's lang. Es fängt an zu regnen. Perfekt. Und dann laufen wir los in Richtung Stronghold. Und da ich jetzt gerade eher trinke fast, werfen wir hier mal lieber das nächste Enderauge. Es fliegt aber immer noch gerade aus. Alles klar. Langsam führt uns der Weg wieder an Land. Würde aber sagen, wir schlafen vorher lieber noch wegen Enderman. Weil wir uns da ja nicht unnötig in Gefahr bringen müssen mit. Und ich werfe hier nochmal ein Enderauge. Das fliegt immer noch gerade aus. Alles klar. Dann werfe ich hier aber auch das nächste Enderauge. Und jetzt fliegt es an Land. Okay, da müssen wir also an Land. Und hier ist ein Wolf. Ich habe doch noch Knochen, oder? Ja, ich habe Knochen. Komm, ich nehme dich mit. Perfekt. Allerbeste Freunde. Nice. Nochmal Enderauge werfen. Es geht nach unten. Okay, wir sind schon im Chunk. Dann werden wir uns gleich hier runtergraben. Ich habe aber da noch einen Hund gesehen, den ich mir auch noch mitholen möchte. Komm schon. Ja. Wir haben zwei Hunde. Perfekt. Und dann graben wir uns einfach mal hier runter. Oh mein Gott, geht diese Schaufel schnell. Ich mache mir mal wieder eine Eisenspitzhacke. Oh. Das war knapp. Hier fällt man ganz schön gut runter. Aber alles gut. Ich würde aber sagen, wir bauen uns direkt weiter runter, weil ich will eigentlich nicht hier in der Höhle, wo Enderman sein können. Und hier sieht es sehr gut nach Stronghold aus. Rein da. Perfekt. Hallo Hunde. Schön, dass ihr da seid. Wir sind im Stronghold. Jetzt heißt es Portalraum suchen. Und ich denke jetzt gerade, ich hätte das Eisen nicht für die Eisenspitzhacke benutzen sollen. Ich wollte hier nämlich einen zweiten Eimer machen für eine unendliche Wasserquelle. Das ist nicht so gut. Und ich glaube, wir müssten heute eigentlich nochmal das End fluten, denn da sind ganz schön viele Enderman, die halt alle grundlos aggressiv sind einfach. Komm schon, Eisen. Eine Enderperle. Und Eisenschuhe. Okay, nehme ich die halt mit. Aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen richtiges Eisen haben. Haben wir hier Eisen? Ja, perfekt. Okay, damit kann ich mir locker den Eimer machen. Und noch ein Eisenschwert. Schadet auch nicht. Sehr, sehr gut. Jetzt brauche ich nur noch Wasser, weil ja, Wasser habe ich hier jetzt auch nur eins aktuell. Hätte ich mal vorher mich drum kümmern sollen. Noch mehr Eisen. Okay. Und nochmal Eisenstiefel. Jetzt kann ich mir sogar schon zwei Eimer machen. Und hier ist Wasser. Perfekt. Der Stronghold ist richtig nett zu mir. Dann haben wir den zweiten Wassereimer und können uns eine unendliche Wasserquelle machen. Jetzt brauchen wir nur noch nach wie vor den Portalraum. Noch eine Kiste mit noch einem Eisenschwert und einem Eisenspitzer gedritten. Die hat mehr Haltbarkeit als meine. Nehme ich die halt mit. Oh, hier ist der Portalraum direkt reingebaut einfach. Ich finde, ich bin, wenn überhaupt, der einzig wahre Silverfish hier. Also direkt mal den Spawner abbauen. Ich sehe halt wirklich fast so aus, finde ich. Und wir haben zwei Enderaugen drin. Dann mache ich mir noch drei. Und wir aktivieren den Portalrahmen. Nice. Ich frage mich gerade, wo mein anderer Hund ist. Ich habe das Gefühl, ich habe ihn irgendwann hingesetzt. Oder er ist schon reingesprungen. Das kann natürlich auch sein. Der hier muss auf jeden Fall schon mal rein. Perfekt. Dann haben wir zwei Wassereimer. Damit können wir uns die unendliche Wasserquelle machen. Ich nehme mir mal hier einen Stackbaublöcke. Wir haben noch 52 Brote. Und Pfeil und Bogen ausreichend auf jeden Fall. Okay, wir haben mehr oder weniger alles, was wir brauchen. Sind mehr oder weniger gut ausgerüstet. Und ich hoffe, dass wir in einem End, in dem jeder Enderman von Anfang an mich töten will, möglichst weit kommen. Und am besten natürlich, dass wir es schaffen, den Enderdrachen zu töten. Ich packe mir lieber noch Enderperlen in die Hotbar für alle Fälle. Und dann gehen wir rein in den Endfight. Okay, ich gehe direkt hoch und durchblocken, weil die Enderman kommt. Lass mich in Ruhe. Okay, ich habe meine unendliche Wasserquelle. Es ist verdammt laut. Und wir müssen jetzt hier alles fluten. Oh mein Gott, ich muss auch ein bisschen aufpassen hier, wegen dem Drachenatem. Aber langsam haben wir hier eine größere Fläche, mit der wir arbeiten können. Oh mein Gott. Das ist gerade so gefährlich alles und so laut für mich die ganze Zeit. Oh, Luft holen auch nicht vergessen. Ich darf auch nicht ertrinken. Es gibt so viel, wo ich gerade darauf achten muss. Aber ich feiere das gerade. Das macht irgendwie auch richtig Spaß. Ich muss mich aber richtig konzentrieren, keinen kleinsten Fehler zu machen, weil ich One-Hit bin. Und hier kommen echt ganz schön viele Enderman auf mich zu. Und langsam wird das hier was. Okay, langsam würde ich sagen, wir können anfangen zu schießen. Wir haben hier erstmal ein bisschen den Bereich geklirrt. Aber ich bin ein bisschen zu nah am Enderdrache gerade und der fliegt ja gleich los. Wir bleiben hier unten. Ich hoffe, hier erwischt er mich nicht. Ich will aber nochmal Luft holen. Er kommt. Alles gut. War ein bisschen knab, aber passt. Und er kommt wieder. Und alles in Ordnung. Gut. Ich belege gerade, wie ich jetzt gut schießen kann. Weil beim Schwimmen im Kleinschießen ist auch nicht so einfach. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Los geht's. Nice. Ich hoffe mal, dass das gut geht, was ich hier mache. Okay, wir haben alle. Sehr gut. Wir können einfach runter, weil hier überall Wasser ist. Aber der Enderdrache. Ich sollte vielleicht ein bisschen gucken, wo der ist gerade. Jetzt ist es egal. Wir leben noch. Das reicht. Und jetzt müssen wir den Enderdrachen töten. Wir sind richtig weit gekommen schon. Jetzt möchte ich nicht unnötig sterben. Wir haben schon so viel bewässert hier. Versuchen schon mal mit dem Bogen zu treffen. Auch wenn das hier mit dem Wasser mal ein bisschen nervig ist. Aber er kommt noch jetzt runter. Rein in die Mitte. Ich hoffe, das klappt jetzt überhaupt mit dem Wasser. Okay, wir sind drin zumindest. Aber ich komme halt nicht dran. Ja, daran habe ich nicht so gut gedacht. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Er fliegt weg. Okay, nicht zu viel springen. Alles gut. Und er kommt wieder runter. Rein in die Mitte. Und wieder hier so einen Block platzieren. Aber hier ist zu viel Wasser. Oder doch? Ich komme dran. Und er fliegt weg. Okay. Gut, dass er mich nicht trifft. Ich glaube, weil ich so klein bin, trifft er mich generell nicht. Ich muss vielleicht gar nicht so vorsichtig sein, dass ich nicht zu spät noch springe. Sondern ich glaube, er trifft mich einfach da nicht. Aber der Enderdrache hat auch nicht mehr viel. Wir kommen richtig gut voran. Ich will es unbedingt jetzt schaffen. Nicht sterben. Bloß nicht jetzt irgendwo an der Wasserkante kommen oder so. Einfach überleben. Der Drache kommt schon wieder runter. Block platzieren. Drauf da. Und auf den Kopf. Bleib unten. Bitte bleib einfach unten. Nein, der fliegt weg. Und der hat mich fast getötet. Der haut mich in seinen Atem rein. Aber der war gerade weg. Ich habe heute so verdammt viel Glück. Teilweise hätte ich auch eigentlich sterben müssen, denke ich mittlerweile. Aber wir leben immer noch. Und das ist ja eigentlich alles, was zählt. Und einen Vorteil haben die ganzen aggressiven Enderman. Ja, ich muss nicht mehr aufpassen, dass ich einen Enderman anschaue. Weil die greift mich ja sowieso an. Ich weiß nicht, ob man das wirklich als Vorteil zählen kann. Aber ich rede mir das ein. Das ist alles doch eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich denke. Komm schon, warte auf mich. Und damit ist der Ender Drache down nice. Oh mein Gott, war das eine Challenge. Ich kenne ihn leider gar nicht richtig sehen. Weil wenn ich tiefer lenke, dann sieht man auch nicht wirklich was. Aber wir haben es geschafft. Und der Ender Drache ist down nice. Oh mein Gott. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das schaffe heute. Das war aber richtig nice. Und es hat so Spaß gemacht. Ich bin zwar gerade auch so am Zittern, weil ich mich so konzentriert habe. Aber das war richtig nice. Weg mit dir. Und dann habe ich teilweise zumindest meine Level eingesammelt. Ich will mir das Drache noch mitholen, wenn ich es schaffe. Auf dem Drache steht ein Enderman. Perfekte Voraussetzung. Jetzt stehen da sogar zwei drauf. Was machen wir denn mit euch? Erst mal das Drachenei wegmachen. So. Ist das jetzt ins Portal gefallen? Ich fürchte, das Drachenei ist ins Portal gefallen. Okay. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und in einem sehr nassen End den Ender Drachen besiegt. Und so als Endermite Minecraft durchgespielt. Nice. Nice.